Ja moin, nebenbei einfach so Bug gefunden in Another Crabs Little Treasure. Relativ am Anfang und zwar hier. Da gibt es hier eine Tür, da müsst ihr eure Waffe droppen. Ihr müsst alles im Easy Mode haben, damit ihr diese Waffe überhaupt habt. Stellt euch passend hin. Dass die Waffe, wenn ihr sie gedroppt habt, leicht in die Wand reinglitscht. Und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr den Glitch geschafft. Hierzu guckt ihr einmal in diese Richtung, wirft die Waffe ab, probiert die dann irgendwie wieder drauf zu ziehen. Und mit Glück, wenn ihr die drauf gezogen habt, tragt ihr diese. Aber komischerweise falsch. Wenn ihr es richtig macht. Hier droppen, Panzer tragen. Und dann sollte irgendwann das passieren, was mir passt, geht es. Na ja, dann uns schauen. Tschüss, euer TMSS. Crap.